Ist der nächste Comic Vivi NFT Drop wirklich ein Grey Comic? Das schauen wir uns heute ganz genau an. Außerdem schauen wir uns weitere Daten noch vom Omi Burn an, wie viele Gems momentan in die App kommen. Und wir schauen uns auf jeden Fall die Korrelation an von Drops und neuen Usern. Und wir schauen uns am Ende noch den Omi Kurs. Das alles heute in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, da ein Vivi Uchi mit den wichtigsten Vivi News, die du dir da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit weiteren News. Ja, ihr habt schon gemerkt, es gab die letzten Tage keine Videos. Ich persönlich hatte auch einfach keine Zeit und es gab auch keine wirklich interessanten Neuigkeiten. Dementsprechend muss ich natürlich mir nichts aus den Fingern ziehen für euch. Dementsprechend gibt es heute erst das nächste Video. Jetzt wünsche ich dir aber auch viel Spaß mit dem weiteren Video. Starten wir mit dem nächsten Comic Job. Und der ist nämlich Tales of Suspense Hashtag 45. Und der ganze Job wird am Dienstag, dem 7. März um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Und ja, ihr merkt schon, wir sind im März und es gibt anscheinend doch nicht jeden Tag Jobs, so wie es manche auf jeden Fall vermutet haben. Wir sind jetzt, wie gesagt, schon beim sechsten Tag heute. Heute ist der 6. März. Ja, wir hatten bis jetzt schon auf jeden Fall ein paar Jobs, aber tatsächlich auch nicht jeden Tag. Das heißt, hier können wir auf jeden Fall diese ganze Sache, die Thematik schon mal abhaken. Jetzt schauen wir uns auf jeden Fall mal das Comic an. Und zwar haben wir hier nämlich einmal diese Cover. Und wir haben hier zwei sehr interessante First Appearance drin. Und zwar haben wir nämlich einmal Pepper Potts und Happy Hogan. Beides sehr, sehr gute Freunde von Iron Man. Und dementsprechend auf jeden Fall hier auch recht interessant. Haben auch geschichtlich in dem Marvel-Universum, im MCU, auf jeden Fall deutlich mitgewirkt. Schauen wir uns aber auf jeden Fall mal an, was macht das Ganze jetzt hier so interessant. Das Ganze ist an dieser Stelle eine super Limited Edition. Und wir haben hier tatsächlich nur eine Auflage von gerade mal 5000 Editions, die aber tatsächlich auch berechtigt ist. Und der Listenpreis wird an dieser Stelle tatsächlich wie immer 7 Gems und nicht 10 Gems, wie wir am letzten Comic-Drop betragen. Viele haben wahrscheinlich schon auf GoCollect einmal die Preise gecheckt. Und hier ist es tatsächlich ziemlich interessant. By the way, ihr seht schon, GoCollect sieht hier ein bisschen anders aus. Grüße gehen raus an den Last Mint. Der hat mir das Ganze hier zur Verfügung gestellt mit einem GoCollect-Account. Das heißt, wir haben jetzt hier deutlich mehr Daten, die ich euch präsentieren kann. Grüße gehen raus und vielen Dank auf jeden Fall an dich. Schauen wir uns auf jeden Fall mal die Daten an. Und die sind tatsächlich wirklich sehr interessant. Nämlich eine 9.8 hier wurde für 16.000 2012 verkauft. Das ist natürlich schon sehr, sehr lange her. Hier wurde jetzt aber tatsächlich auch für 1.000, für 23.000 verkauft. Das heißt, wir haben hier relativ hohe Preise. Das liegt aber tatsächlich mehr oder weniger daran, dass wir hier wirklich sehr, sehr wenige Comics haben mit einem guten Grade. Und dadurch, dass es tatsächlich Silver Age ist, also in dem Fall schon ziemlich alt ist und aus dem Jahre 1963 stammt, ist es natürlich logisch, dass hier tatsächlich nicht mehr allzu viele Varianten wahrscheinlich noch mal auftauchen werden. Das heißt, wir haben hier wirklich eine sehr, sehr geringe Anzahl von guten Grades. Und das treibt natürlich dann auch den Preis hoch. Denn wenn man sich das Ganze mal anschaut, wir haben hier dann anscheinend auch ziemlich viele Comics in schlechteren Grades. Ja, Vermutungen sind hier auf jeden Fall, dass das Papier einfach schlecht war beziehungsweise hier einfach viele Fehler beim Druck waren. Denn ja, dieser Preisstopp ist dann schon ziemlich auffällig. Wir haben hier wirklich bei der 9.6 wie gesagt 23.000 an Verkauf gehabt. Dann sind wir 12.000, 7.000, 4.000, 3.000 und dann sind wir auch tatsächlich schon ganz schnell unter 1.000 bei einer 7.5. Und das ist tatsächlich schon ein ordentlicher Preisdrop bei diesem Comic und dementsprechend ist das natürlich ein wahrscheinlich für die meisten sehr überbewertetes Comic an dieser Stelle, weil es halt einfach hier nur sehr willige Editions gibt mit einem guten Grade. Wenn es wahrscheinlich mehr geben würde, dann wäre das Ganze wahrscheinlich vom Preislichen auch schon deutlich weiter unten. Dementsprechend FOMO vielleicht nicht allzu sehr rein und natürlich kommt hier auch die Editionzahl von 5.000, die Vivi jetzt rausbringt. Ja, da sehr entgegen, weil es einfach dadurch sehr limitiert ist, wie an dieser Stelle auch in Real Life. Ich persönlich werde mir auf jeden Fall ein Comic holen, aber ja, ich setze persönlich jetzt nicht darauf, dass das durch die Decke gehen wird. Wir sprechen hier ja von einem guten Comic, würde ich sagen. Es sind zwei sehr wichtige First Appearance mit dabei, aber nichtsdestotrotz preislich sieht man definitiv, ist es überbewerteter wahrscheinlich, als wir jetzt so direkt denken, wenn man hier mit dem ersten Blick drauf schaut und ihr um die 23.000 sieht. Wenn ich jetzt außerdem schon eine Aufmerksamkeit habe, ich werde bald den nächsten Livestream wieder machen, und zwar nämlich am Mittwoch um 19.30 Uhr deutscher Zeit. Das heißt, komm auf jeden Fall dort sehr gerne vorbei. Thema wird sein, wird das Viviverse erfolgreich? Zusammen mit meinem Kollegen Viviversum, auch ein deutscher YouTuber, schaut sehr gerne vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und du kannst natürlich wie immer auch deine Fragen sehr gerne in den Chat stellen. Anschließend schauen wir uns auf jeden Fall mal aktuelle Daten an. Wie viele Gems kommen denn eigentlich momentan in die App? Und da sind wir tatsächlich gerade mal wieder ganz gut dabei. Wir sind jetzt hier wieder bei den über 100.000, die pro Tag in die App kommen. Das ist erstmal ein sehr guter Durchschnitt. Dann werden wir uns mal anschauen, es gab hier einige Wochen, wo wir dann wirklich auch mal bei 90.000 waren, 80.000 sogar. Ja, dementsprechend momentan sind wir da sogar echt gut mit dabei. Wir hatten sogar einen Tag hier nur gerade mit 61.000. Das ist natürlich verhältnismäßig ja doch ziemlich wenig. Wenn man sich einfach tatsächlich das Ganze mal zusammenfasst und man zum Beispiel die letzten sieben Tage hier zusammenrechnet, dann sind insgesamt über eine Million US-Dollar hier in die App geflossen. Und das ist immer noch ganz schön, ganz schön viel, wenn man sich überlegt, dass wir momentan eigentlich im Bärenmarkt sind und viele Leute Vivi für tot verkauften. Ja, das ist schon eine ordentliche Zahl. Natürlich, wir hatten jetzt ein paar ordentliche Jobs auch mit dabei, aber man sieht hier an dieser Stelle, wir hatten an einem Tag sogar 644.000 US-Dollar, die in die App gekommen sind. Meiner Meinung nach müsste das tatsächlich der Lambo-Job gewesen sein. Also ja, natürlich verständlich, dass hier viel in die App kommt, aber ja, es kommen noch große Zuflüsse mit dazu. Es hängt natürlich immer aber auch vom Drop ab. Was auch vom Drop ab hängt, sind tatsächlich neue User, denn wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier, das ist sehr, sehr schön, wie das Ganze korreliert hier tatsächlich auch mit den letzten Drops. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir haben hier natürlich auch bei den aktiven Wallets immer einen schönen Anstieg, wenn wir einen Drop haben, aber auch eine schöne Korrelation hier an dieser Stelle mit den neuen aktiven Wallets. Wir sehen hier an dieser Stelle, dem 28. Februar, Zuwachs von 187 neuen Usern. Danach fällt das Ganze wieder auf ein sehr geringes Level ab, aber wir sehen das aber hier auch allgemein mit den aktiven Wallets, dass das Ganze korreliert. Dann sind wir natürlich aber hier auch im Chart, wir hatten hier an diesem Tag tatsächlich auch einen Drop und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, was für ein Drop das war, das war nämlich das Giant Size X-Men-Comic. Das heißt, hier auch relevante Jobs, beziehungsweise sehr gute Jobs, die viele Leute haben wollen, da kommen dann auch wirklich neue User mit dazu. Natürlich, 187 neue User sind jetzt nicht allzu viel, wenn man aber halt bedenkt, dass tatsächlich neue User nur in dem Sinne erfasst werden, dass diese Leute wirklich auch etwas kaufen, beziehungsweise beim Drop erfolgreich waren, beziehungsweise danach auch auf dem Markt getradet haben, dann ist das doch meiner Meinung nach relativ akzeptabel und dementsprechend werden da halt auch nicht alle erfasst. Es werden sich wahrscheinlich deutlich mehr Leute diese App anschauen, in Bezug darauf mit dem Drop, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall kein schlechtes Zeichen für neue User. Natürlich ist das Ganze aber noch im Anlaufen und wir sollten uns hier nicht auf solchen kleinen Zahlen ausruhen. Ich hoffe, dass Bibi hier auf jeden Fall noch einiges macht, dass wir auf jeden Fall dieses Jahr hier noch vierstellige Zahlen von neuen Usern pro Drop sehen können. Und ansonsten schauen wir uns auf jeden Fall nochmal den aktuellen Omikurs an. Momentan sind wir wieder bei den 3 Nullen angelangt, beziehungsweise bei einem Kurs von 0,00096. Momentan 0,1% im Minus. Natürlich wurde der Omikurs auch nochmal runtergezogen, hier durch den aktuellen Bitcoin Crash. Ja, insgesamt sehen wir hier auf jeden Fall wieder eine schöne Linie nach unten. Und insgesamt, wenn man sich das Ganze aber mal im großen Chart anschaut, da sind wir doch in einer relativ positiven Entwicklung, denn wir machen ja an dieser Stelle immer neue Higher Highs und Higher Lows. Also wir sind hier im Prinzip mit den Tiefs weiter oben, wenn wir sozusagen hier auch ein neues hoch machen, was tendenziell erstmal ein sehr gutes Zeichen ist. Was auch eine sehr positive Entwicklung ist, ist der aktuelle Trend beim Omikurs, denn dieser aktuelle Trend ist tatsächlich positiv. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier in dieser Trendlinie, dann sehen wir im Prinzip, dass es hier immer wieder reagiert und wirklich auch teilweise tickgenau und dementsprechend momentan auf jeden Fall für mich noch keinen Grund zur Sorge. Für mich persönlich wird es erst ein Grund zur Sorge, wenn wir hier wirklich runtergehen sollten, an dieser Trendlinie reagieren sollten und dann weiter Abverkauf sehen sollten, dann persönlich werde ich auf jeden Fall auch erstmal nicht weiter nachkaufen, denn dann sehe ich auf jeden Fall hier erstmal noch weitere Kurse. Allgemein ist ja momentan auch sehr, sehr viel wieder unterwegs im Cryptospace, was FAT angeht, beziehungsweise auch was natürlich einige Ereignisse angeht. Beispiel zum Beispiel allein die Silvergate Bank. Ja, also da sind auf jeden Fall viele Sachen momentan unterwegs. Ich persönlich versuche mich momentan mit dem Kaufen erstmal zurückzuhalten und erstmal diese Sachen da abzuwarten, was da überhaupt passiert und wie sich das Ganze entwickelt. Das Ganze ist aber natürlich nur meine Vorgehensweise, die ich hier mit dir teile. Das ist natürlich nichts, woran du dich orientieren sollst. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like und ansonsten bedanke ich mich natürlich riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, guten Abend. Bis dahin, mein Captain. Ciao, ciao.